Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake American Nightmare. Wir haben eine Code-Karte von ihr bekommen, womit wir in das Projektor-Gebäude reingehen können für das Autokino. Aber wir können sich auch nochmal was fragen, was ist hier drin? Aha. Es ist ein, fast wie ein Memorial, weil, du weißt, du bist tot, oder etwas. Aha. Wie ist Alice? Ist sie gut? Sie ist okay, ich glaube, alles zu betrachten. Ich weiß sie ziemlich gut. Du bist wirklich, Alan? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Niemand weiß, was mit dir passiert ist. Aber es gibt Leute, die sagen, dass sie dich gesehen haben. Das war nicht ich. Er sieht nur das gleiche. Wie, du weißt. Ja, aber dieser Mann ist viel mehr schlau. Der Gedicht von ihm macht mich... Ich liebe ihn, aber ich... Es gibt etwas über ihn, dieser... Gott, er ist so schrecklich. Insofern, du bist nicht wie er. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du kannst ihn stoppen. Also das gefällt mir sehr gut. Also das ist ja schon wie Alan Wake 2 eigentlich. Ich habe gedacht, das wäre mehr so... So ein bisschen Leben-Story, aber das geht ja richtig genau da weiter, zwei Jahre später. Ob wir noch irgendwas haben? Nein. Dann wollen wir mal in das Projektor-Gebäude gehen. Also wenn das die Privataufnahmen sind, ist das schon sehr seltsam. Wie ein Spukhaus ist das. Das ist das Security-System? Ich glaube, es war zu viel, um ein Alarm und ein faches Rentikop. Das ist das eine große Menge. Crazy shit, man. So, was noch? Auf die nächsten. Den dunklen Brunnen zerstören. Den hier. Ah, supi. Und noch das letzte. Bäm. Ja, das war doch gar nicht so schwer. Oh, da hinten blinkt noch was. Hm, das sieht wohl nur so aus. Zugangscode, da. Es war spätabends. Der Sommer war schon fast vorüber. So, August. Der Sommer war fast vorüber. Und spätabends. A.M. ist falsch. Da. Zwei Uhr nachts. Oh, hell. This isn't going right. You've been up to something, haven't you? Too bad, it's not gonna do any good. I'm a better you than you ever will be. And I've got all the time in the world. Everything you've got is going to be mine. Your life. Your wife. Okay, diese Zwischenregeln hat sich nicht gut gemacht. The sun's never coming up now. Ich stehe die Fensternis. The rush of darkness is unstoppable. Time itself twists and tears sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is. A maze, that loops back into itself. Ach du Scheiß, ich bin wieder am Anfang. Ich bin hier wieder. Du hast mich zurückgebracht. Also die Leichtpistole ist sehr, sehr mächtig. Wie viele Schuss habe ich dafür? Sechs Schuss. Ja, das ist reichlich. Ich habe dich schon immer gehasst. Vögel, die sich verwandeln. Okay, das ist auch neu. Okay, einen haben wir. Und der zweiten auch noch. Mit Emma sprechen. Komm, wir rennen einfach vor denen weg. Okay. Das geht. Emma? Und sie lebt wieder, das ist gut. Kannst du vielleicht doch noch hören. Du erinnerst mich? Kindlich. Ich fühlte mich all den ganzen Tag. Ich konnte fast einen Traum, den ich hatte. Und dann, vor dem Sonntag, erinnerte ich die Seite. Ja, ich werde diese Dinge wieder holen. Nicht alle. Ich ging raus und sie bekam. Ich fühlte mich zuerst. Ich fühlte mich zuerst. Aber dann war es so schmerz. Und diese Dinge begann, und eine von ihnen mit der Batterie eröffnet. Es rief in die Railroad-Tunnel. Es gab keine Chance, dass ich ihn in da war. Entschuldigung. Es ist gut, dass du nicht. Du solltest dich aufhören. Ich meine, wirklich aufhören. Ja. Ich glaube, etwas. Ich habe etwas Schmerz. Ich habe etwas Schmerz, nicht wahr? Entschuldigung. Es muss nicht wieder passieren, okay? Mach nur was ich sagen. Ja, okay. Gott, das ist zu wunderschön. Am ich zu wunderschön? Ich gehe da diese Batterie. Versuch, dass du ruhig bist. Du bist perfekt zu sein. Wir befinden uns in einem Zeitpunkt. Das ist warum das wieder passiert. Ich glaube dir. Gott. Ich fühle mich, dass ich es nur noch ein paar Sekunden verlieren kann. Warum bist du nicht über das? Weil ich meine persönliche Schmerz-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber-Aber. Schau, ich weiß, dass etwas mit mir passiert. Bevor... Du wirst in Ordnung sein. Hört auf. Wenn du einfach cool bist. Okay? Danke, dass du das Sachen von mir bekommen hast. Das ist eine große Hilfe. Ich hoffe es auch. Wirst du alles auf dem Ölfeld wieder aufbauen? Ich muss es auch. Also, jetzt müssen wir nur die Batterie finden und nicht alle drei Sachen wie vorher. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber man könnte auch sagen, hm. Okay, die sind... Wiederholen sich die Sachen. Ist das jetzt ein neuer? Und gesagt, sie ist mein größer Fan. Ich weiß, sie alle sagen das, richtig? Und sie hat mir den Augen gelegt. Also, ich mache ein paar moves, habe ein paar Drinks, und dann werden die Sachen starten. Aber ich sage, ich muss in der Bühne zu gehen. Uh-oh, richtig? Sie hat keine Idee. Watch this. Das wird nicht wert sein. Das ist schön. Ich dachte, du würdest das lieben. Sind Sie tense? Du fühlst ein bisschen tense. Vielleicht ein bisschen. Ich hatte ein krabbyes Tag. Hey, don't worry. It's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Watch this. Kranker Scheiß. Did you see that? Oh, man. Did you see her? Boom. It's amazing. It's amazing. It's amazing. More than a few. It's amazing. It's a part of animals. It's an adventure to imagine, to turn fantasies into legends, to be storytellers. Und dann guckt er sich einfach Night Spring weiter an. So, machen wir hier einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.